Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Demokratiefreunde und Demokratiefeinde. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich gewünscht. In Interviews mit Politikern, in der medialen Darstellung, in politischen Talkshows und in Reden in Parlamenten hört man immer wieder Begriffe wie demokratische Parteien, Antidemokraten, Demokratiefeinde und die wahren Demokraten. Woran aber erkennt man, ob eine Partei oder Organisation demokratisch oder undemokratisch ist? Um hier Klarheit zu bringen, klären wir erstmal, was Demokratie überhaupt ist und was es bedeutet. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes, der Bürger ist der Souverän und hat die Macht der Entscheidung. Volksvertreter sind lediglich die Handlanger der Bevölkerung. Anstelle jedoch dem Bürger die Entscheidung über alles, was passieren soll oder unterlassen werden soll, zu lassen, wurde die repräsentative Demokratie ins Leben gerufen. In Deutschland auf Bundesebene, ohne die Möglichkeit des Bürgers, durch Volksbegehren und Volksentscheidungen, in das Handeln der Politik einzugreifen. Es wird dann nur noch gewählt, wer dem Bürger die Entscheidung abnehmen soll. Lediglich auf Landes- und Kommunalebene ist direkte Demokratie möglich. Eine Demokratie ohne direktdemokratische Elemente ist meiner Ansicht nach nicht gesund und unvollständig. Die Verweigerung von direkter Demokratie ist ein erstes Anzeichen für Antidemokraten oder Demokratiefeindlichkeit. Ein Video zum Thema direkte Demokratie findest du oben unter dem i. Als Grund für die Ablehnung direkter Demokratie wird immer vorgebracht, dass der Bürger die Komplexität von Entscheidungen nicht erfassen könne. Ich vertraue dem Votum von 60 Millionen Bürgern jedoch mehr als der Mehrheitsentscheidung von ein paar hundert Abgeordneten. Vielmehr glaube ich, es geht nur um Machterhalt und die Möglichkeit, gegen die Interessen des Bürgers zugunsten irgendwelcher Lobbyisten agieren zu können. Ein Video zum Thema Lobbyismus findest du oben unter dem i. Alle Parteien, die derzeit in deutschen Parlamenten sitzen, außer der CDU, haben in ihren Parteiprogrammen das Ziel der direkten Demokratie formuliert. Die Praxis zeigt jedoch, dass die AfD die einzige Partei ist, die direkte Demokratie versucht, durch ihre Anträge umzusetzen. Alle anderen Parteien stimmen sogar, entgegen ihrer eigenen Programme, gegen die direkte Demokratie und verhindern eine Entscheidung durch den Bürger. Ein Video zum Thema Parteiprogramme findest du oben unter dem i. Wer durch aufgestellte Programme dem Bürger mehr Mitsprache einräumt, dieses aber nicht umsetzt oder gar gegen diese Wahlversprechen agiert, ist ein Feind der Demokratie. Wer von vornherein eine Mitsprache der Bürger ausschließt, ist ein Antidemokrat. Nur wer direkte Demokratie umsetzen will, kann als demokratisch bezeichnet werden. An dieser Stelle sei gesagt, dass das Thema direkte Demokratie das Thema Nummer 1 der AfD seit Gründung ist. Ob eine Partei demokratisch oder undemokratisch ist, orientiert sich jedoch nicht nur an der Zielsetzung der Partei, sondern auch an den Verhaltensweisen. Jede Partei, die in ein Parlament gewählt wurde, hat eine gewisse Zahl an Bürgern, die sie repräsentieren sollen. Durch die Hürde von mindestens 5%, um überhaupt in ein Parlament einziehen zu können, ist die Präsenz entsprechend gewichtig. Das Ausschließen von Parteien aus dem parlamentarischen Betrieb unterminiert einen gewichtigen Teil der Bürger und ihre Interessen. Nur Demokratiefeinde sind nicht bereit, jede gewählte Partei in den Betrieb zu integrieren oder verweigert jedwede Kommunikation. Ein Parlament wird demokratisch, wenn alle Interessen der Bürger vertreten werden. Ein Video zum Parteiensystem findest du oben unter dem i. Nur Vertreter demokratiefeindlicher Parteien sprechen anderen Volksvertretern die Legitimation ab. Nur Demokratiefeinde akzeptieren nicht die Entscheidung des Souveräns, sprich des Bürgers, und handeln gegen ihn. So absurd es auch klingt, wenn der Wähler eine grün-blaue Koalition will, haben Politiker dieses zu ermöglichen. Die Regierungsbildung nach Wohlbefinden ist undemokratisch. Demokratiefreunde stehen zur direkten Demokratie, akzeptieren immer den Wählerwillen, handeln im Sinne des Souveräns, reden mit allen gewählten Volksvertretern, arbeiten mit allen Volksvertretern zusammen und würden niemals Wahlen für ungültig erklären. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.